Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kurzen Nachtrag zu meinem Adventskalender. Ich postete gestern einen Beitrag auf meinem YouTube-Kanal und teilte euch mit, dass die Gewinner feststehen. Ich sagte auch, wer an welchem Tag gewonnen hat und dass diejenigen, also die Gewinner, sich bitte per E-Mail bei mir melden sollen. Dieser Beitrag landete in meinem Community-Tab auf meinem YouTube-Kanal und dann fiel mir gestern Abend auf, hm, was mache ich denn, wenn dies nicht alle mitbekommen? Man kann diese Beiträge ja auch in seinem Abo-Feed deaktivieren und dann bekommt ein Gewinner vielleicht gar nicht mit, dass er gewonnen hat. Und deswegen entschied ich mich jetzt spontan dazu, noch ein kurzes Video zu machen, um die Gewinner noch einmal zu nennen und eben auf diesen Beitrag hinzuweisen. Also ihr schaut jetzt entweder unten in die Videobeschreibung, denn da stehen dann alle Gewinner noch einmal aufgelistet, oder ihr hört mir zu, denn ich lese sie auch noch einmal vor. Und dabei nenne ich einfach nur den Tag und den Gewinner und in dem Fall eben den Benutzernamen des Gewinners. Also da hätten wir an Tag 1 nur Esra nur, an Tag 2 Hartzilem 80, an Tag 3 Bäckchen 96, an Tag 4 Luna Lovegood, an Tag 5 Simon Unterstrich, an Tag 6 Elisabeth Witwer, an Tag 7 Josie Sternchen, an Tag 8 Ostenkind, an Tag 9 Natascha Rieken, an Tag 10 Eckerhard Graupner, an Tag 11 Eichhörnchen Lover, an Tag 12 Amazing Girl 313, an Tag 13 Nancy Grunemann, an Tag 14 Jens Olaf Bodemann, an Tag 15 Pauli L., an Tag 16, da Potterhead 88, an Tag 17 Nadine Keks, an Tag 18 Trist Cooks, an Tag 19 Nadine V., an Tag 20 Cinti, an Tag 21 Ginny McGonigal, an Tag 22 Lazy Bones 93, an Tag 23 Luna Joanne Granger und an Tag 24 Sarah Black. Und allen Gewinnern nochmal ein großes herzlichen Glückwunsch und nun die Bitte, schreibt mir eine kurze E-Mail an herrknüpps.gmail.com und teilt mir euren Namen, also euren echten Namen und eure Anschrift mit. Und an all diejenigen, die versuchen sich vielleicht einen Gewinn unter den Nagel zu reißen, obwohl sie gar nicht gewonnen haben, versucht es erst gar nicht, denn ich werde die Gewinner mit ihren Benutzernamen und der Kanal URL verifizieren, sodass es eben gar nicht passieren kann, dass jemand einen Gewinn abgreift, der gar nicht gewonnen hat. Also, meldet euch bei mir, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und an alle, die leider nicht mit dabei waren. Im nächsten Jahr gibt es sicherlich noch viele weitere Gewinnspiele hier auf meinem Kanal und dann spätestens in einem Jahr sicherlich nochmal einen großen Adventskalender. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute, Tschö und auf Wiedersehen. Bis dahin alles Gute, Tschö und auf Wiedersehen.